Ein beliebter Brauch an den Osterfeiertagen ist das Abbrennen des Osterfeuers. Auch in diesem Jahr wurde bei Einbruch der Dämmerung das Einbecker Osterfeuer entzündet. Vorbereitet wurde das Osterfeuer vom Technischen Hilfswerk, die Feuerwehr übernahm die Brandwache. Osterfeuer haben eine lange Tradition, der Brauch stammt aus alten Zeiten und dient dazu den Winter zu vertreiben, zu verbrennen. Man glaubte vermutlich, dass der Schein des Feuers eine reinigende Wirkung hätte. Später wurde dieser Brauch von den Christen übernommen.